Boah, was ist das, Alter? Da fährt ein Klumpen Stahl durch die Kante. Haha, da hat er eine gekriegt. Grazie, Alter. Mach mich nicht fertig. Was auch? Alter, du sitzt falsch. Ja, endlich. Er hat's kapiert. Ha! Das hat das. Au, au, ey, ich bin doch schon hinter der Hütte, Alter. Und Gelato. Rette mich, rette mich. Verpiss dich einfach. War da kein Mitleid in mir? Musst schon gucken, Junge, wo du hinläufst. Man sollte vielleicht mit einer nötigen Angsthaftigkeit ins Spiel gehen. Niederlage, ich hab's doch gewusst. Diese Italiener können einfach keinen Krieg gewinnen. Hallo, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu einem Ründchen Battlefield 1. Ja, das hab ich mir geholt vor zwei Tagen. Für nicht mal 6 Euro. Und ich muss sagen, es macht Spaß. Finde ich eigentlich ganz gut. Hab zwar, na klar, noch meine Probleme mit den Maps. Keine Ahnung, wo es hingeht. Wo was ist. Was gemacht werden soll. Und so weiter. Aber abknallen kann ich. Kann ich die Leute doch. Oh, da kam was an mir vorbeigefaucht. So, na dann. Aha, aha, okay, okay. Wo bin ich hier? D. D sieht verlockend aus. Oh, oh, hier fliegen die Kugeln schon wieder. Sehr gut, Leute. Oh, hier, da kommen sie. Mann. Ach, da unten war der. Okay. Schnell zu B. B ist, äh, in Gefahr. Und zwei Dinge sind mir eigentlich, oder ein paar Dinge sind mir schon aufgefallen. Im Unterschied zu Battlefield 5. Man heilt relativ schnell. Oh, Mist, da war einer. Oh. Was ist das, Alter? Er steht unter Beschuss. Nein. Wie gesagt, man heilt relativ schnell von selbst. Hat auch als Sturmsoldat irgendwie Komm, 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 komm. Du Bastard. So. Selber kein Medikit. Oder ich hab's bis jetzt jedenfalls noch nicht gefunden. Hilfe zählt als Kill. Ich steche alles ab. Ich steche alles ab. Ähm. Ach nee, das war einer von uns. Das ist ein Feind. Das ist ein Feind. Sanitäter habe ich auch schon gespielt. Mag ich ja sehr in Battlefield 5 eigentlich. Aber hier verstehe ich nicht, wie ich mich als... Oh, Gas. Gas. Der da war's. So, zurück zu Perda. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Als Sanitäter. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da selber heile. Ich schmeiß dann immer halt ein Paket hin und lauf drüber. Ich weiß aber nicht. So eine Art Selbstheilung auf Knopfdruck Gibt's hier scheinbar nicht für Sanitäter, oder? Ich hab's jedenfalls noch nie gefunden. Ich hab keine Ahnung. Mann. Ja, ja, ja. Boah, Alter. Ach, Scheiße. So, warte. Nimm mich mit. Wir stürmen C, oder was? Oder wieder was? Ja, das war aber knapp. Das war aber knapp. Ich glaube, in der letzten Kugel oder so. Au. So, ist mir noch irgendwas aufgefallen. Bis jetzt so geile Maps eigentlich. Finde ich gut. Maps gefallen mir. Oh, die Panzer. Ist ja auch der erste Weltkrieg sozusagen. Ein komplett anderes Setting. Mist. So, raus aus dem Panzer. Du musst ja die Waffen, glaube ich, irgendwie freispielen oder kaufen. Ja. Und dann hast du halt sowas wie MP18 Graben oder sowas. Sag ich mal jetzt. Ich hab die Namen noch nicht verinnerlicht. Oder MP18 Visier und so weiter. Und... Oh, jetzt Gas. Gas, lass auf. Immer noch Gas. Alter, setz auf. Aber du hast... Aber du hast... Irgend... Wie viel Einsatzziele... Ja, wie das denn? Idiot! Oh, so. Schnell zu Alpha. Alpha ist umkämpft. Alpha ist in Gefahr. Oh, du hast irgendwie nicht die Möglichkeit, deine Waffen selbst zu konfigurieren oder so. Siehst du? Siehst du? Ich weiß nicht, wo es lang geht hier. Oh, im Keller. Na gut, haben sie dann schon abgeknallt. Er hat auch keine Chance gegen diese Übermacht. Und da fährt ein Klumpen Stahl durch die Kante. Ja, die Bahn sei ja, das war er damals. Komm, Kumpel, fahr. Fahr dem Stahlklotz hinterher. Den haben sie doch aus einem Stück geschnitzt. Italiener bin ich, Alter. Die können doch nur Nudeln kochen und keine Kriege führen. Die haben doch noch nie eine Schlacht gewonnen. Angriffslugzeug Rumpler. Da hat er eine gekriegt. Ja, ach ja. Das Heilen oder das Reanimieren ist hier... Grazie Allah. Mach mich nicht fertig. Sprich, ordentlich. Das Reanimieren ist hier ziemlich schnell. So, Spritze in den Arsch und schon steht der Kamerad wieder. Mann, wo ist mein schönes Japanisch, was mir sonst immer um die Ohren flattert. Da hat der Stahlkollest, kommt schon wieder angerollt. So, Perta, Perta ist erobert. Und jetzt geht's zu Cäsar. Maschinengewehr, boah. Auf zu Cäsar. Sachte. Erstmal die Lage peilen. Da schießt doch einer von den Bergen, oder? Ah, he 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 he. Uhu, 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 uhu. So schnell kann's vorbei sein mit der Schießerei. Hinterbricks aufs Ei. Komm, schnell zu Perta. Die Flammenwerfer find ich ja irgendwie beeindruckender als bei Battlefield 5, muss ich sagen. Eine Granate, Granate. Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Ich seh gar nichts. Uhu, uhu. Da war einer. Ja. Oh, shit. Da lag sein Kumpel daneben. Sein Kumpel schoss aus vollen Rohren mit der Panzerbüchse. Na gut, C gehört uns. Dann wollen wir mal zu D. Was ist D eigentlich? Dora. Ich kenn immer nur Anton und Perta. Vielleicht Cäsar noch. Ja, das ist diese Unkenntnis da, Map. Ich habe keine Ortskenntnisse. So, hier lege ich mich hin. Uiuiui. Der Stahlkollos kommt. Da steht aus jeder Wand, gucken mindestens 20 Kanonen, Junge. Guck dir das Teil an. So, gleich gehört uns Dora oder was auch immer D bedeutet. Eroberung abgeschlossen. Ach, David. Wer kommt denn auf sowas? Ui, ui, ui. Stürm die Brücke. Ja, ja, ja. Gib nach, gib nach. Da hinten war noch einer. Deckung. Nein, tot. Aber ich muss sagen, macht schon Spaß. Battlefield 1. Macht schon Spaß. Ich mag das ja auch so, dass, dass, dieses Settings mit den alten Waffen und so. Nein, 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 nein. Oh, yes, yes, yes. Was hat mich da erschossen? Alter. Alter, schieß zurück, Digger. Ah, ich hätte aber eigentlich mich mal in den dicken Panzer reinsetzen können. Mal fahren. Mal in so einen dicken Panzer fahren, das habe ich noch nie gemacht. Ach so, ja, und warte, nehme ich mit. Was auch, Alter, du sitzt falsch. Ja, endlich. Er hat es kapiert. Was ja auch cool ist, du hast berittene Einheiten. Du kannst dir ein Pferd schnappen, glaube ich. Ich habe zwar noch kein Pferd irgendwo rumstehen sehen. Öh, 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 Alter, Alter. Aber irgendwie habe ich schon jemanden gesehen, der auf dem Pferd angeritten kam und mich umgebracht hat. Una Granata, Alter. Du musst Alter noch hinzufügen, du Spinner. Ach so, das ist, ah, das ist Dynamit. Ah, okay. Wie, der Feind hat der Oberhand, Alter, das kann gar nicht sein. Wir kämpfen ja wie die, wie die Tiere. Königliches Hirschortenband. Komm, hier. Junge, Junge, Junge. Nicht erschrocken. So, nachladen. Ja, Junge, damit hast du nicht gerechnet, ha? Uh, da schmeiße ich erst mal ein bisschen Dynamit in die Pampa. Komm, da noch mal. Da, komm. Junge, komm. Jetzt können wir kommen, jetzt können wir kommen. Kommt rein. Hallo. Hier bin ich. Keiner Lust. Oh, ich hab mich selbst weggemacht. Scheiße. Was soll das bedeuten? Verbündetes Tretnad unterwegs. Das ist auch so was in der Sache. Ich hab auch schon so ein Panzerzug irgendwo, oder auch mal ein Sniper. So ein Panzerzug fuhr auch mal hier irgendwo. Nicht hier, aber auf einer anderen Map durch die Kante. Schön, schön, schön. Deckung, Deckung. So, jetzt heile dich. Heile dich, Alter. Iljamuromets. Cool. Aber hat schon was, oder? Also das mit dem Flugzeug war nicht schlecht. Sah euch majestätisch aus, fand ich so. Groß und erhaben. War zwar scheiße, dass er mich gekillt hat, aber war trotzdem cool. So, bei Emil. Bordensband, Traffigkeit und Tod. Weil ich wieder nur geträumt hab. Jupp. Alter, Junge, 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 Junge. Wir machen ernst. Verstehen keinen Spaß. Scheiße, warum hab ich mir das Auto nicht entnommen? Idiot. Jetzt lauf ich hier mir die Hacken ab, Junge, in diesem Schweinestall. Schade. Da ist noch einer. Ja, den hab ich noch geholt. Krempel, Junge. Krempel 12. Den hab ich umgekrempelt. Komm hier, dicke Granate raus. Wir haben's doch. Alter. Quatsch mich nicht dumm voll, Junge. Ja. Oh, Alter. Junge. Ha. Das hat, das. Schrotflinte. Alter, das kann jeder. Dass ich weder die Maps kenne, noch die Waffen noch der italienischen Sprache mächtig bin. Schon 20 Kills ist eigentlich, ja, ist, ist okay, ist okay. Ist okay. Würde ich mal sagen. Oh, Scheiße. Hat sich hinter seiner Dreckshütte versteckt. Mal. Jetzt hol ich ihn hier ab. Au. Au, au, ey, ich bin doch schon hinter der Hütte, Alter. Wir verlieren Einsatzziel. Jetzt schmeißen wir eine Granate rum. Die Italiener, Alter, die machen mich fertig. Könnt ihr nicht mal eure Fresse halten? Oh, oh. Ein Dicker von der anderen Seite. Schritte, Schritte. Ja. Hast du so gedacht, hier rein stürmen? Was am Arsch, Alter? Scheiße. Die Feinde oberen F. Was auch immer. Friedrich wahrscheinlich. Verreckt am Gas, Alter. Ich bin zu blöd. Ich hätte mir eine fucking Gaske und die Maske aufsetzen sollen. Es geht bergab mit uns. Wir verlieren, aber es macht auch Spaß. Ich sag's doch, die Italiener können halt keinen Krieg führen, aber die gewinnen nichts. Die können nur Spaghetti. Spaghetti. Und Gelato. Oh, da kam wieder so ein dicker Hand. Alter. Die Panzer damals hießen sie ja, glaube ich, Tanks. Das sehen schon cool aus. Es fetzt schon noch so hier dieses Erste Weltkrieg Szen... Szenario. Hat schon was. Schon wieder Krempel. Junge, Krempel. Ich hab' ich doch vorhin schon mal umgebracht. Oh, scheiße. Mensch, Alter, halt die Backen, Junge. Una Granata, Junge. Am Arsch hängt der Hammer. Das dummige Quatsche geht mir auf den Sack. Oh. Ach, da oben. Komm, rette mich. Spritze in meinen Arsch. Rette mich, rette mich. Verpisst sich einfach. Scheiß Sanitator. Gein Gelato von Mama. Alter, scheiße, Alter. Die hab' ich zu spät gesehen. Da oben kurven sie rum, aber wir müssen schnell zu Bertha. Oh, 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 oh. Ja, Jungchen, Jungchen, so sieht's aus. Wird. Oh, Gas. Da schmiss er die Hacken hoch, Junge, wie gekonnt. Wie er so da lag. Wie ein Häufchen Scheißer. War da kein Mitleid. In mir. Konnte da nichts spüren von Trauer. Oh, oh, oh. Rumpler, Alter. Mit seinem Rumpler. Dreckskiste. Schmeiß die Eier raus. Schmeiß die Granaten raus wie Eier. Oh ja, der Stahlkoloss. Musst schon gucken, Junge, wo du hinläufst. Wenn du blind in die Kugel rennst, kann ich auch nichts dafür. Du Idiot. Feind getroffen. Neun. Ordnung ist man da Logistik. Warum? Weil ich hier rum renne wie blöd, oder was? Ich weiß doch überhaupt nicht, wo ich bin. Was mache ich hier überhaupt? Klotzt mich nicht so blöd an. Okay. Falsche Richtung. Hier ist der Feind nicht. Ja. Ich dachte schon, ich falle hier runter und breche mal sämtliche Kräten. Einsatzziel David. David. So. Friedrich lockt mich. Seinen. Au. Was? Wo? Da. Oh, schade. Kommt, Jungs. Friedrich. Friedrich muss aber... Oh nein. Gleich. Gleich machen sie zu hier. Gleich machen sie zu. Au, au, au. Scheiße. Man sollte vielleicht mit einer nötigen Angsthaftigkeit ins Spiel gehen. Niederlage. Ich hab's doch gewusst. Diese Italiener können einfach keinen Krieg gewinnen. 25 Kills hab ich gemacht. Für den Anfang eigentlich so gar nicht. Schlecht. Aber es macht Spaß. Hat Spaß gemacht. Und ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Hoffentlich bin ich dann Deutscher. Spaß.